Musik Weißt du, was wir jetzt einfach mal ganz Verrücktes machen, um die Zeit zu brücken? Hä? Wir machen einen Opener. Vielleicht klappt diese Runde ja und wir können sie online stellen. Oh ja. Hallo, willkommen zurück zu, ich glaube, 11. Episode Hunger Games. Für mich jedenfalls. Diesmal wieder nicht alleine, aber nicht mit dem Spire, sondern mit Herrn Weedbird HD. Hallo. Dahinten steht er. Ganz da hinten, traurig und alleine. Und wir werden heute rocken. Oh ja. Punkt. Punkt. Punkt, komm, komm. Fertig ist das Mondgesicht. Habt ihr die ganze Zeit gewunken. Wie gräutlich. Wie mein Kleiner wird sagen. Ey, Luca, ich hab dich die ganze Zeit gewinkt. Oh mein Gott. Man sollte auch rennen. Ich hab Iron Pants. Ich hab'n Fisch. Nice. Der hat sogar geguckt. Ähm, gleiche Strategie nehme ich mal an. Warte mal, ich werde hier gerade verprügelt. Oh mein Gott. Renn. Ander und halb Herzen. Ander und halb Herzen. Ander und halb Herzen. Renn. Bis denn, komm. Äh, noch nicht. Mach mich nicht nervös. Nicht sicher wegen Lack. Drei Herzen. Auf jeden Fall ist die Runde jetzt schon spannend. Mach mich doch nicht so nervös. Ja, folgt mir. Renn um dein Leben. Lass uns beim Zug treffen. Ich versuch da. Beim Zug? Wir sind gerade in der Kanalisation. Ja, das ist ein bisschen abseits. Okay, ich hab Vorsprung. Ich hab Vorsprung. Okay. Ich hab die Kiste ausgelassen. Ich komm zum Zug. Ich hab'n Fisch dabei als Waffe. Und hab schon wieder halb Leben. Gut, ich hab gar nichts. Und ich seh auch nichts. Da hat die Welt sich mal wieder dazu entschieden, hat mich rein zu rendern. Böse Welt. Hast du schon mal überlegt, Hunger Games mit Face Games zu machen? Hab ich tatsächlich. Hast du? Ja. Und? Hab mich dagegen entschieden. Okay, ich seh hier einen beim Zug. Und er hat ein Holzschwert. Und ich hab definitiv keine Chance gegen ihn. Ist das ein Dreier-Free-for-All? Ne, das ist ein Team. Okay, bei mir lädt die Welt aber gerade eben auch nicht. Irgendwas hat hinter mir... Ich werd' verfolgt! Ich bin beim Zug. Ich werd' verfolgt! Ich bin beim Bahnhof. Du bist beim Bahnhof? Okay, ich komm zum Bahnhof. Du hast aber auch keine Waffe, ne? Ein Fisch. Ah, okay. Wenn er stinkt, könnten wir es ausprobieren. Ah, ich komme Richtung Zug. Der Typ soll sich mal hinter mir... Du kommst Richtung Zug. Verurinieren. Ich bin auf den Schienen. Ja, ja, hallo. Komm, jetzt können wir zusammenfliehen. Juhu! Der hat aber 20 Blöcke Abstand mindestens. Ja, weil ich cool bin. Ah, das wird sein. Ja. Rennen, rennen. Hast du einen Plan? Ja, rennen. Okay. Mein Sprint hat aufgehört, wie so auch immer. Da ist ne Kiste. Ist ne Waffe drin? Eine Angel. Das ist keine Waffe. Da vorne kommt wieder wer... Oh, oh. Ach, da bin ich getroffen. Nein! Der Typ verfolgt dich, aber sieht mich nicht. Na, ich seh nicht, wo ich hinlaufe, weil die Welt nicht geladen ist. Das kenn ich, das Problem. Ah, jetzt bin ich im Wasser gefahren. Ich bin im Wasser gefahren. Was macht ihr denn da? Ich hab auf jeden Fall ein Schwein gekillt. Das ist schon mal gut. Ich hab das ein Schwein gekillt? Ich seh da nur ein Team, was eingekillt hat und jetzt gleich mir hinterher rennt. Ich bin gleich bei der Scheune. Okay, ich bin in der Nähe der Scheune. Ich muss aber erstmal kurz mein Food auffüllen. Dass ich weiter wegrennen kann. Da ist noch ein Baumschwein. Ich hab ein Wutensort. Nice. Und ne Wutensort. Stirb, du Schwein. Du Sau. Du Sau. Stirb. Du bist bei der Hütte-Vlog-Scheun-Ding? Ja. Ich hab einen braunen Pilz und nochmal zwei Bumsdingen. Bumsdingsen. Gut. Ich hab einen roten Pilz. Okay. Zusammen sind wir Captain Planet. Ich glaub, ich seh dich. Ich bin auf einem offenen Feld auf der Lande. Ja, bleib stehen. Hallo. Hi. Hallo. 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 Die Welt lädt absolut gar nicht. Da vorne ist einer. Der hat uns aber bis jetzt noch nicht gesehen. Hat uns jetzt gesehen und meint, dass wir ein Team sind. Äh, weil wir ein Team sind. Oh, das ist nochmal einer. Ja, die sind auch ein Team. Da hat er gar Schaden bekommen. Ja. Sicher, dass die ein Team sind? Rennen, rennen, rennen. Wir scheinen. Also wir können da kaputter und das meine ich mit rennen, rennen, rennen. Das ist nochmal einer. Wo kommen denn die alle? Da irgendwo muss ein Lemmingbau sein. Guck mal. Irgendwo. Das sind auf jeden Fall Pfeile, die wir einsammeln können hier. Im Luft. Im der Nichts. Was ist denn mit diesem Weltgelade-Ding hier los? Ich will da nicht rein, sonst zieht irgendjemand den Fallenknopf. Ich habe gestern eine Pfanne will einer gemacht. Das Problem ist, er hat ihn selber gezogen. Er ist dann reingerannt und durch Leck ist er drin geblieben. Ich habe ein Stownsword. Nice. Aber das hier ist noch nicht so fallig. Yes. Beeil dich. Ich freue mich nur noch Schuhe, sonst wird es mir an den Füßen kalt. Das kann ich verstehen. Aber Barfußlaufen ist eh gesund. Ein Pferd! Ein Pferd! Seriously? Ja. Ist das ein Sattel? Nein, leider nicht. Ja, das hier ist leer. Oh, wie viele Thunen sind denn hier drin? Was geht? Ja, kommt einer! Kill Reed! Zu spät, mein Freund. Ah! Nichts Pferd schlagen damit! Down ist er! Und er hat ein paar Items mitgenommen. Mach! Oh, warte mal. War Ruf auf YouTube erlaubt oder müssen wir das rauspiepzen? Das kriege ich schon selbstgeregt. Bleib mal stehen hier. Ich habe Stuff für dich. Kannst du mir so ein Piep schicken? Ja, kann ich machen. Wenn du unfähig bist, Google zu benutzen. Ah, okay, gut. Okay, ich bin das gut. Ich kann auch für dich ein Beep einsprechen hier, wenn du willst. Geh, den kann ich raus und hau ich nachher rein. Gut. Ah. Ah, noch eine Angel. Das ist schon mal gut. Hast du noch Food oder so ein Kram? Noch komme ich klar. Also ich habe keins mehr, aber noch komme ich klar. Ich habe dich fast auch umgerauen gerade. Wäre ja nur die Rache von vorhin gewesen. Ja. Ach, da sehe ich... Da hinten sehe ich eine Kuh. Sie schwebt in der Luft. Ah, hier vorne ist irgendwo auch eine Falle. Da müssen wir aufpassen. Eine R-Kuh? Ja. Ne, eine Baumkuh ist es. Und hier noch eine Truhe. Ich fände ja geil bei Ifos eine Million Abo Special, dass sich die Kühe da sind. Komm da runter, du Kuh. Ich werde gerade fast in die Falle reinge gerannt. Deswegen sagte ich, müssen wir aufpassen. Kann man irgendwie helfen? Achso. Brauchst du Food? Hast du Food? Werkt gerade was... Food-mäßig werkt gerade nicht schlecht. Oh, Cookies! Cookies! Hier habe ich einen Namen. Da ist ein Name. Komm. Da prügeln sich welche. Komm, komm, komm. Der ist im Haus drin. Ist doch ein Eingang zu dem Haus. Ah, perfekt. Down. Hier, ich habe noch was für dich. Da. Ein Iron-Pants. Und eine Brust. Eine schönere. Hast du zufällig... Ein Iron-Sorter, äh, ein Stone-Sorter hast du auch, ne? Stone-Sorter habe ich hier. Wunderschön. Aber hast du noch mal Food? Ja, 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 ja. Habe ich noch. Was habe ich vor? Hast du einen extra Bogen oder so? Ich habe nicht mal einen Bogen. Das ist nicht cool. Wir brauchen einen Bogen. Ich habe jetzt übrigens so ein wunderschönes Gerät von... Wie nennt sich das noch gleich? Ich habe es vergessen, was ich sagen wollte. Ist egal. Du knackst nur gerade komisch. Und so im Hintergrund ist so ein... So eine Grille. Ja. Ne, das war es nicht. Äh. Weg? Es war kein Handy. Nein, es war so ein statisches Mikro-Ding, ne? Ja, ist immer noch ganz, 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 ganz leise da. Ja, dagegen kann ich leider nichts machen weiter. Vielleicht höre ich auch das nur mit meinen Todtechniker-Ohren, aber... Ne, das liegt entweder an deinem PC 360... Okay. ...und an meinem Cave. Empfehlung von mir, kauft kein Cave. Okay. Kauft niemals ein Rocket Cave. Okay. Punkt. Weißt du, wir können das bei YouTube jetzt auf jeden Fall als Nicht-Schleichwerbung markieren. Richtig. Richtig. Als Produkt-Revision. Als Produkt-Revision. Hunger Games-Products. Revision. Ja. Äh. Das ist eine Kiste, aber ich glaube, die ist schon... Ja. Ich packe da aber mal ein bisschen unnötigen Stuff rein, der mir auf den Keks geht. Warte, vielleicht ist da ja was Nötiges für mich dabei, weil so gut gerüstet bin ich nicht. So, wie viele sind eigentlich noch da? Nicht mehr so viele. Hier habe ich noch eine XP-Beutel. Ich bin Level 1! Ich gehe meinen Sword Enchanten. Kommst du mit? Äh, ich nehme mal meine Pilze mit, aber ja, ich komme mit. Cool. Sword Enchanten. Ich glaube, ich kann eben mit Facecam spielen, weil ich verziehe mal meine... Da bietet dir jemand Tee an. Behind you? Ja. Nein, der ist nicht behind me. Nein. Hä? Warum schreibt der, der ist behind me? Weiß ich auch nicht. Warte, ich bin nur falsch abgebogen. Hier bin ich. Ja, doch, ich sehe, hier kommen zwei rein. Lass uns hier ein bisschen weiter hinten warten, dass wir... Da vorne siehst du sie. Drei sogar. Sehen die uns? Die kommen aber nicht rein. Nee. Ich glaube, die prügeln sich da auch. Lass mal da schnell hin und angeschlagene Teams abfarmen. Aber erst muss ich meinen haben. Das war nicht so clever. Macht nichts. Ich habe den gleichen Fehler gemacht. Warte mal, das sind zwei gegen einen. Da machen wir doch zwei gegen zwei gegen zwei. Ja. Könnten wir auch machen, wenn ich es so extrem lecken würde. Final Deathmatch. Egal. Die müssen weg. Geht gut, der eine haut ab. Den einen. Ich verfolge Blue Ninja. Ja, ich auch. Weil der andere weit weg ist. Nichts. Nichts da. Blue Ninja hat richtig auf die Nase bekommen. Ja, der andere auch. Aber ich... Nee, ich komme auf die Fresse. Nein! Nein! Ich habe den anderen... Nein! Was machst du? Was machst du? Oh mein Gott, war das schlecht. Ihr seid nur noch zu zweit. Das ist eine Klage. Happen! Happen! Yes! Nice one! Okay. Okay, wir haben noch was zum Hochladen. Oh nein! Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye!